Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Dead Dragon Cancer. Und hier ist ein Brief an Amy von Ryan. So we sit here in this new silence and long for the music to start again and for the disc to spin again even if it means going round and round for many more years. For at least we would be moving and Joel would be laughing here on earth and not only in heaven. But in this space I sense his silence is only because he is drawing his breath. And now we know love and longing Empty and full all in one moment And I am grateful that we loved him well And that we miss him well And I hope That in the Lord's next breath He will whisper his love song to you His beloved And that you will know him differently And more deeply But now we grieve in silence Yet not without his presence I remember you You made it too I'm glad you're here I love it here I bet you would like it too Look at all of these pancakes Did you ever see pancakes like this? The big of me A big one is for me A little one is for my dog I always wanted a dog And now I got one I even got to name it Manju Whoa, bubbles? I love bubbles Look, I can catch one I want more bubbles I love bubbles Manju's there to catch a bubble He likes to bite them Do you see a rainbow in the pebble? Come here, Manju Have another pancake Manju loves syrup Me too Syrup is my favorite party I love you Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, und wieder sitze ich mit Tränen hier, das gibt es nicht. Ja, das war... Ja, und wieder sitze ich mit Tränen hier. Entschuldigung, ich brauche hier gerade... Ich brauche hier gerade mal eine Minute. Anders als bei... Lifehistries sind die... Die Tränen halt für echte Menschen... Und das... Das macht's nicht leichter. Das macht's nicht leichter. Das macht's nicht leichter. Ich glaube, jeder kennt irgendjemand, der durch Krebs zu früh gegangen ist. Und... Wenn man sich... In die Lage... Der Eltern versetzt... Die... Ihr kleines Kind... Oh Gott... Die... 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 Ihr kleines Kind verliert... Wie stark... Die... 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 An den kleinen Joel. Und. Ja, das war. Dead Dragon Cancer. Hier auf Milchfurcht. Ich habe ja gesagt, das wird nicht lustig. Es wird etwas Traurigeres. Ich muss jetzt irgendwas machen, was wieder. Wieder mich aufheitert. Ich glaube, ich gucke jetzt Dschungelcamp gleich oder irgendwas. Oh Gott. Ja, falls euch dieses Projekt gefallen hat, holt euch das Spiel. Es lohnt sich. Oder. Und wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt. Ach, ist mir jetzt egal. Ob ihr mich, wenn ihr mich abonnieren wollt, tut's. Wenn nicht, lasst's einfach, ist egal. Ich mach's ja auch Spaß. Beziehungsweise im Moment hört man nicht den Spaß raus. Aber trotz der Emotionen macht's Spaß. Und egal, wie viele Leute man kennt, am Ende nimmt man eh keinen mit. Aber die Leute, die einen kennen, die behalten einen ewig im Herzen. Und ja, mit diesen Worten möchte ich eigentlich dieses Let's Play beenden. Danke fürs Zuschauen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Euer Milchfurcht. Ciao.